da kommen auch nicht durch dann da hoch darüber dann über das umbiegen nervig da hoch hoch ich hoffe ich nicht nein falsch wenn wir hier umschwingen kann ich immer sagen was ich heute so gemacht habe ich war beim arzt wie in meinem knie zum glück was hat was ich ungefähr habe ja ok was dagegen tun kann endlich ein arzt und gerade eben habe ich noch mein referat für morgen vorbereitet und gemacht ich hoffe es wird was noch nicht so richtig überzeugt davon wahrscheinlich mit einem video dann mal ein bisschen was darüber erzählen habt ihr das ich glaube die lampe da rechts im bild die ich kann nicht ganz wohin egal sieht auf jeden fall lustig aus und das hat klappt der in der dacht ich muss was die da runter fliegen da entlang runter klack 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 das tief darüber darunter darüber und darunter und darunter und darunter geht es die vorne so drüber und wir sind unten und entscheidende eine tasche und achte ich liebe das wenn das wackelt nein kinderlein, kinderlein nicht so springen wie ich das tödlich ich liebe ich wenn das so wackelt das ist alles naja und dann geht es langsam ich stell mich wieder im lahmlaufen im band schlimm mich hat mich amüsiert nein fast die 10 minuten werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen aber 15 minuten wobei mir die schnelle generation schon sehr gut gefallen hätte aber kann man nichts machen rum und rum und hoch das was fast ja schneller 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 und sondern Dinge hinterher verteil aber das ist wirklich knapp die folge zu spiel gesehen so muss ich springen ja ich bringe halt nur partout kleiner es normal und und da rüber Knapp! 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 Ach, da die nach rechts springen müssen! Nein, das hab ich nicht gesehen, ich hab nach dem Teil bescheuert! Nicht schon wieder von da unten! Wenn ich mal jetzt gerade alle Dinger dreimal fülle es auf! Ich bin einfach zu schlecht, um das auf den First 2 zu schaffen! So, hoch, rechts, dritte, rechts, 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 runter, 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 spring! Boah, nächstes Mal nicht! Ja, ja, da nicht mehr hoch! Drüber und drüber, ah, und runter, hab den Schwung vergessen! Mitzunehmen! Und... Hoch, bitte? Ah, das geht so weit vor! Boah, ist doch immer das Wesen! Ich hab da alles so im Hintergrund noch! Ah, jetzt hieß es, damit so weit vorkommt! Wo muss ich jetzt sein? Wo muss ich jetzt sein? Ich geh jetzt einfach mal da entlang! Ich hatte zwar keine Abnummer, aber das... Passt, aber ich glaub schon, ja! Ah, hm! Es hat gefasst, ich bin nur zwei drunter! Schlamm! Nein, nicht schon wieder hier! Wie gesagt, auf 1, 3 oder auf 2, mal schaff ich's, ne? Brauch ich jetzt grad immer drei Anläufe! Wie sonst... zwei... zwei... hier mal schaffe! Ohhhh... Komm, geh weg! Ohhhh... Ja, 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 ja! Nein, 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 nein! Ja! Wir schaffen's, wir schaffen's, wir schaffen's! Ohhhhh... Und vielleicht... Hoch... Hm... Nein... Also das muss ich eigentlich als First-Man verschaffen, ohne irgendwie Probleme zu haben. Der Top-Kletterer-Song hat sonst keine Chance! Okay, wohin muss ich? Da auch noch muss ich! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Puh! War wieder knapp! So, dann gehen wir ja dann über... Äh... Wieso ist das immer so schwierig alles? So schwierig! Ahhhh... Wurde! Stehen bleiben müssen! Ich hab' dacht' das ist schon von mir vorbei! Ahhhh... First-Man wieder vernichtet! Hm, da war jetzt langsam! Okay! Nochmal! Naja... Zehn Minuten schaffen wir nicht mehr! Ich bring' mir auch grad immer wieder selber um! 840 was grad! Ding, sub, gehen wir nach rechts! Ja! Ehh... Doppeltotquissen! Puh! Ist nicht so leicht! Ich muss da jetzt etwa das oben einsetzen! Ich will da was denn einsetzen! Wer weiß wofür das noch braucht! Ja! Ich spring' da rein! Ähm... Was soll ich sagen? Haut halt grad mit hin! So... Warten wir wieder bis das... Links... Jetzt ist er da rechts! So... Ja, wir spring' jedes Mal rein! Wieso geht der nicht einfach da hin? Der ist doch... Doppelt! 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 Doppelt!